Willkommen zu einer weiteren Folge Sourcebug the Stick of Crew Ja, wir greifen die Schule jetzt an Und ich hoffe, dass ich mir vielleicht ein Handy umzuschmissen Ich will erst mal gucken, was hab ich da überhaupt Ein Feuerstab, oh Ist ja besser als meiner Fall Nö Weil ich die, oder was hat er denn auf das Ding Du hast 3 MP mit perfekten Augengriff auf Rinder verzieht Nö, ist nicht gut Steigert deine maximale MP um 2 Ja, finde ich eigentlich besser als zweimal angreifen Hm Machen wir mal die Rüstung drauf Ja, die Robe Erhüllt euer, den Feuerschein Und 20 Feuerschein ist in meinem Falle wichtig Da ich ja Ähm Ja Mit Feuerspiele sag ich mal Dann nehmen wir das mal raus Ich nehme mal die Maus aus dem Bild Ja Und fügen da hier noch was rein 40 mehr Schaden zu Distanzangriffen Hm Sagen wir mal ein bisschen TP dann ab Bei Mal angreifen Und den Schutzring Und den Prozent blocken Hm Nehmen wir das mal auch mal raus Dann ist eigentlich das perfekt Gut Geh mal hinten Gucken was die Gottskiss machen Ich bin kein Hobbit Ah, die hat uns im Hirnendelbereich aufgemacht Ja Ja Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken Macht auf Dauer ein bisschen Highlighter Oh, Feuer? Eseltron Ist auch nichts wirkliches drinnen Okay Ich bin wohl Und die hier zerstückelt Fischte hier Hey, nice Angriff ignoriert Chefkoch als Postfachschlüssel Okay Äh, ich weiß jetzt gerade nicht Wo das dann hinkommt Was? Hey, Basketball Guck mal, was du bist Basketball Hey, schau ich aus meiner Flasche Hier ist noch die Lungebox Die ich gesehen habe Ja Oh, nicht Wer heißt Irgendwann gehe ich nach Töte Oh War man nicht Da sind noch zwei Penner Ja, ich habe jetzt angegriffen Jetzt will ich mal gucken Was kann der Feuer Bei Wirbels Ein Explosiven Ball Auf deine Feinde Bei folgenden Durchführungen Drückt sich Drücke für jede Der vier Loot-Nunten Ja Junge Du kannst das Braun... What? What the fuck? Oh. Brauner Ton. Leu! Was hat der denn für den Horn? Da pustet jemand an das Horn. Ja. Leu hat er sich angeschissen. Leu hat er noch neue Material? Reflektion, ich weiß nicht, ob er auch magische dann abbrümmelt? Ich hoffe nicht mal. Hier, brennen mit deiner Rüstung. Und nimm den Schleider, macht alles weg. Oh stimmt, aha. Yeah! Das war's mit euch. Nekromanten-Handschuh. Was ich hier alles finde? Oh, komm da schon. Ich wollte dich nicht hauen, tut mir leid. Okay. Okay. Ich sehe wieder was Brennendes. Ich kann trotzdem mal furzen. Ähm, okay. Ich bin mir da oben, wenn da wieder freigeschaltet ist. Oh, nice. Iiiihihi. Ja, aber das. Besser wär das. Warte mal, ich seh da hier noch. Au, das tut weh. Jetzt, nimm mal mehr. Ich will den mal hoch, weil das ist ein Päckchen. Schneeball. Oh, nice. Das sind die Vorschläge. Ah, okay, da runter. Achso. Stimmt ja, weiß ja was. Okay, nee, da will ich noch nicht rein. Okay, die Tüme noch lupen. Der wird mit Grauen, der Pesser. Da war ich zu langsam. Probieren wir erstmal hier den Drachenatem. Yeah, bin gerade eine Sau. Nee, keiner kommt. Ja, ich glaube, das ist ein Riff aka. Ich würde wieder mal klicken, nehm. Ich würde mal klicken. Ich würde mal klicken. Ich würde mal klicken. Ich würde mal klicken. Ja. Okay. Ich würde mal klicken. Ja. Ja. unser stellbarkeit ja du bist ja einfach hier spricht oder den russland angriff hau mir einfach zu, er hat eh nicht mehr viel liegen ja ja ja, siehst du noch mal noch mal stoff wir müssen wieder unten lang jetzt hm ja 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 schön auch läufig ist ich bin mal vorher meine feuerkuhl hier kommt sie Na guck mal, was der kann Oh, das liegt das Schwertz Oh, nice Junge Jetzt krieg ich auch noch Nachrichten Oh, die Geister sind Haha, er hat mich geriss Oh, Junge So, weiter geht's mit dem Sauspack Ich wurde gerade unterbrochen Ja, Text Den gemacht Ihr habt es nicht gesehen, aber einen kleinen Cut habe ich gemacht Ach, das braucht ja Zu essen Jaa, ich hab dich verstanden, danke auch Jaa, ich hab dich verstanden, danke auch Oh, jetzt sowohl die da um, da Da ist sowohl die da um, da Jaa, ich hab dich verstanden, danke auch Jaa, ich hab dich verstanden, danke auch Scheiße. Ja, wahrscheinlich kann es kein. Ähm, tja, fahren wir weiter zu. Es geht nicht nur noch ein anderes. Oh Gott, es geht nicht mehr. Scheiße. Ja, kannst du laut sein. Probier mal jetzt. Jetzt mal ein bisschen ordentlicher. Ich muss eben gerade das Mikro ein bisschen. Sorry Leute. So. Das Blut ist alle ordentlich. Der erste ist weg. Der andere frisst sich da hoch, ey. Oh Gott. Ah, nicht beschwören. Wieder die Feuerkugel. Oh Gott. Ach du lieber. Der frisst auch Käse. Jetzt ist das ja ernst. Mein Gott. Ja, friss halt. Scheiße. Scheiße. Komm. Kassi. Krassi. Du Penner. Brem. Heiliger Hammer. Gucken wir eben, was der Heilige Hammer macht. Kassi. Also eine Ordnung drücke. Ja, danke auch. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt einen Break. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt Hauspack und ZockerTV. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss.